Herzlich Willkommen an alle Chikos und Chikas da draußen. Der Skyland ist am Start genauso wie ein kleines Runde. Äh, kleines Runde. Ja, kleines Runde. Let's play together. Äh, Runde 3 mit dem Impi und dem Rappi. Wie eh und je. Hm, so schaut das. Sehr aus. Vor allem die Tasten. Die Tasten, oh mein Gott, die Tasten. Ähm, das doof ist, ich weiß natürlich jetzt nicht über eure Stimmen mit aufnimmt. Mwahaha, aber normalerweise müsste er ja. Ich hab's ja eigentlich gerade eingestellt, ich will nochmal kurz in Sicherheit gucken. Sprafen, Ausgabe für beide, ja, pasch, ist egal. Wieso soll ich Müll labern? Ich laber nie Müll. Bläh. Okay, wir Kapitel spielen. Jetzt, 5, 4, 3, 2, 1. Prost Neues, meine Freunde. So. Scheiß Headset. Scheiß Headset. Ich hab das nicht sehr gefecht. Oh, Donnerford. Scheiß Headset. So, frees'n jetzt. So, ich nehm mal die... Ladekabel, 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 Ladekabel. Was versteht? Ah, Smartphone Leaves. Sie werden bei zwei identischen Bauwerken nördlich der Hauptgefechtszone abgesetzt. Die Herausforderung? Wer kann seine Basis zuerst von den Prometheanern säubern? Ach ja? Was kriegen wir, wenn wir Crimson schlagen, Commander? Den Respekt ihrer Kollegen, DeMarco. Das sollte doch für sie eine völlig neue Erfahrung sein. Badum, psst. Okay. Guck mal an der Parma. Hallo? Crimson, hört ihr mich? Ach, ich kann niemanden hören. Vielleicht ignorieren dich ja alle. Schnauze Thorn. Geh nach vorn und schalte den Störsender aus. No, bin ich aber nicht. Macht mir keinen Spaß. Ich weigere mich. Kevin, spring mal da runter. Du hast das Level noch nicht gemacht. Guck mal, was passiert. Oder springen? Außerdem heiße ich nicht Piep. Ich gehe. Ich heiße nicht Piep. Echt aktivieren. Och. Ich bin auch schon da. Ja, Skyline. Mein Gott, ey. Ich bin auch da. Ich wollte aktivieren. Warte. Das Ausschalten ist stört. So, gut. Ich bleib oben. Das ist mit zu heiß. Zerstört alle Störsender. Alter. Mal nachladen. Das ist meine Schmeißen-Scheiße. Ich bin down. Alter, ist das am Lacken, ey. Bei mir nicht. Bei mir nicht. Das ist mir doch alles super. Bei mir leckst heute auch nicht. Aha, aha. Ja, als ich nach der Haus war, war alles in Ordnung. Jetzt hast du so ein scheiß 100.000. Nee, es war nichts in Ordnung. Bei mir hat es geleckt, bei mir hat es geleckt. Ja, das ist ja dein Problem. Das ist unser Problem. Jetzt habe ich die Führung. Bei ihm wie leckst du nicht und bei mir leckst du nicht. Jetzt ist es nur bei dir anlägen. Ergo, du bist scheiße. Ich lasse die Spiele beginnen. Brot und Spiele für die Welt. Brot und Spiele für die Welt. Also ich nehme mir den Schreiberwehr. Primson, sieht wie erster Kontakt mit den Prometheanern aus. Das ist ein Krabbler. Flink und fies, aber leichte Opfer. Alter, stirbst du jetzt mal du Heslon ein? So leichte Opfer sind die jetzt aber auch wieder. Ja gut, vielleicht weiß ich nicht, dass wir... Vielleicht weiß ich nicht, dass wir auf Legendär spielen. Wenn die Springer gleich kommen, ne? Dann lass uns die mal zusammenkillen, ey. Alter, wenn das hat es jetzt nicht gleich mal aufhören, ne? Limpie ist mir zu heiß. Rimpie hat den Turm erledigt, Kamala. Ab zum nächsten. Legen Sie sich ins Zeug. Ja, du Butterfly. Gibt es denn hier irgendwo auch vernünftige Waffen oder so? Du bist eine vernünftige Waffe. Reicht das nicht. Alter, meine Beherrschen sind wieder alle. Was mache ich denn jetzt? Ja, meine auch. Ich mache die Bucht auf hier. Geil! Hier gibt es diesen... ...Paketenwerfer. Ich will hier auch rein, aber die Tür geht nicht auf. Die Dinger sind immer auch am Leben, ne? Die EIS wieder reparieren. Ich wollte es nur mal gesagt haben, so. Super, ich bin dauernd. Wie bist du da unten reingekommen? Mann, das sind immer noch diese scheiß Teile. Der Beobachter aktiviert ein Turm. Vorsicht, Crimson. Noch ein Turm geht online. Crimson hat den zweiten Turm ausgeschaltet. Diese scheiß Reparaturtypen. Kümmert sich eigentlich überhaupt um das um? Alter. Wenn ich mal im VR war alle. Der zweite Turm erledigt, Kamala. Boah, ich hasse die Primitiana. Das wollen wir aufkommandeln. Irgendwie wollen die nicht sterben. Ich habe auch... ...denn die nicht verfrucht hier oder was? Doch, aber nach zwei Magazinen erst. Ich dachte, der VR wäre ein bisschen stärker gegen die. Ja, ich habe die Prometeaner-Scheiße hier erreicht. Oh. 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 Alter, leck mir doch an den Füßen jetzt gleich. Sondermüll. Das sind doch Frexteile. Die können nicht so viel aushalten. Och, da kommen noch mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Sparten. Ich gehe jetzt hoch zu aktivieren. Ja, mehr gedroht. Ey, das gibt's nicht. Null Chance. Ich bin bei DMP-Rückblick und so. Was macht's denn da? Wenn's schon einfach vorbei. Ich habe da gelenkt. Ich aktiviere. Es kam natürlich noch mehr. Crimson hat alle Systeme ausgeschaltet. Lette Show. Abzugsbund für sie wird blockiert. Boah. Anderzeit-Magazine. Dann sind wir endlich tot. Wie unsere. Stimmt, der Marco. Crimson hatte viel mehr zu tun als sie. Ich glaube, der MP ist gleich tot. Ich bin tot. Jo. Oh, ich bin halt so groß. Boah. Ich guck nicht, ob es da gerade ist. Das ist endlich immer normal. Alter, was ist hier los? Was gibt's denn? Können wir einfach abhauen? Boah, Alter. Leute, wir können jetzt die Mission schon beenden und gleich in die nächste einsteigen. Da hinten ist überquere. Ja, ich gehe hin. Ich habe jetzt echt keinen Bock, da alle jetzt zu sitzen. Das kriegst du doch nicht hin, ey. Vorbei, man kommt nicht durch. Wir kommen da nicht durch, glaube ich. Doch. Wir müssen einfach nur unterschiedliche Richtungen abläufen. Hier links einen schönen Atmen, ich renne durch. Siehst du? Das war clever von mir. Boah, ich war fast da. Parcours. Ich bin gleich da. Ich bin da. Boah. Scheiße. Das ist wohl ein schlechter Scherz jetzt, oder? Boah, Alter. Gib dir das mal. Schauen wir mal, was hier los ist. Ich habe einen. Ich habe einen. Ich habe einen. Oh, ich kippiere einfach, Junge. Hier, gib mir doch diese... Ey, weißt du, warte. Weißt du, warte, warte, wir machen mal einen Zwischenruf. Alter, Alter. Boah, wir sind nur am Pfeil, ey. Wir sind nur am Pfeil, ey. Ja, fahr weiter. Ach, der ist in der Rundfelsbring nicht, Alter. Boah, wir sind nur am Pfeil, ey. Ich habe nicht in der Erinnerung, dass... ... die Wächter in der Kampagne so viel da ausgehalten haben. Wirklich. Ich habe es nicht auf Legendärung... Also in der Kampagne waren sie, glaube ich, leicht da. Ich habe es nicht auf Legendärung... Ich habe es nicht auf Legendärung... Ich habe Kampagne allein auf Legendärung. Ja, ich noch nicht. Ja, ich ja auch. Aber da waren die nicht so stark. Nee, waren sie auch nicht. Die können doch nicht... Die sind stärker, weil wir zu dritt sind. Die können doch nicht so stark sein, weil wir... Die werden stärker. Nein, sind es nicht. Ich hatte das Lichtgewehr schon. Ich mache die so schnell fertig mit dem Lichtgewehr. Ich habe eben gerade die ganze mit dem Lichtgewehr aufgefallen. Ja, ich mache das auch mal gerade. Ja, dann sind sie anscheinend schon gut angefangen. Jetzt brauchst du auch nicht mehr ankommen, damit du blöde Pussy, Alter. Mein Gott, was für eine alte Drohle, ey. Jetzt bringt dir die Bazooka, aber jetzt. Ja, vor allem, weil sie... Bazooka auch hier viel bringt, Alter. Was auch viel bringt bei den Dingern. Ey, wer ist, kommen jetzt neue raus? Willst du mich freuen? Finkt euch! Finkt euch! Ganz da! Super Ding. Okay, ich nehme zurück, Batsch. Finkt euch. Alter! Puh! Da war einer mit Binary Rifle, da. Alter! Scheiße, ich wünsche mir Down, Alter. Reckne hier irgendwie. Ohne Witz! Ohne Witz! Wer, du Scheiße! Aua! Du bist in allem. Alter, die sind so zu überkennen, ey. Ich weiß nicht mehr, weil welchen Film ist. Das war auch so Universums-Film-Geschisse. Da war doch auch so ein... Ich glaube, das ist auf dem Mars gelandet. Und sollte gucken, ob das gepflanzte Zeug auf dem Mars ist. Ob das wirklich Luft produziert hat. Und da haben wir auch so einen Roboter gehabt, was dann irgendwie durchgedreht ist. Und dadurch, dass es durchgedreht ist, irgendwie die gejagt hat und zerstört hat. Sie sahen genauso aus. Mit der Arme der alten Quinsen, die nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß. Ich weiß auch nicht mehr, wie der Film hieß. Verlassen Sie sich doch auf Commander! Alter Vater, da ist ja die Kampagne auf Lärende, der alleine zum Scheiß bringt dagegen, ey. Mach auf die Luke, jetzt! Naja, aber hier kannst du auch immer sterben, das ist auch nicht so wild. Bei der Kampagne kannst du auch immer sterben. Das war nicht mal 10 Minuten. Okay, das war... Ja, dann sofort noch die nächste Folge. Das war... Ja, wir machen die nächste Folge auch direkt. Dann bedanke ich mich für's Zusehen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Leckt mir meine Füße und hoffentlich sieht man sich irgendwann mal online. Tschüssi! Tschüssi!